Und wie ich schon vorausgesagt habe, ist das mein täglicher Disconnect und es geht auch schon wieder sofort weiter. Ach ja, und danke den, die mich gefollowt haben schon mal, bedanke ich mich mal. Ich liebe es, Upgrades zu klauen. Und ich liebe es natürlich, Leute abzuknallen. Ah, ist das schön. Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss. Ja, das macht richtig Spaß. Geistgestörter voraus. Ruf die Cops. Wir wissen, dass El Shiro hat sich in aller Auslass-Uma-Marker stattfindet. Wir stoppen die Schaum, gehen rein und nehmen den Laden auseinander. Ja, also das mit den Drohnen finde ich geil gemacht, so mit den ganzen verschiedenen Drohnen. Das haben sie schon eine geniale Idee. Das auch. Das auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Entschuldigung Hier kommen noch zwei Oh Gott Ich sehe das Ziel Roger, zu maquieren Entschuldigung 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 Ich greife an Puh Aufpassen, da ist dein Geschütz Tango getötet Ne, so geistgeschüttt lache ich nicht Das war nur ein Witz Mal gucken, wen töte ich denn als nächstes Die beiden Verdammtes Ausgang, so einer Perfekt Das war knapp So Es gibt Alarm Genau Jetzt kümmern wir mich erst Um den Alarm Was war das denn? Da gibt's ja nix zum kaputt machen Ach verdammt 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 So eine Scheiße, ey Bin ich grad mies Komm, heile mich Vor uns liegt die Location Mal sehen, was wir tun können Damit El Chido dort nicht spalt Hörst du mich? Ich bin gleich da Scharfschütze in Deckung Hallo Alter Warum drück ich Drohne weg, wenn du die Drohne nicht wegnimmst? Alter Das ist echt nicht normal Hab ich mich grad selbst gekellt Ich glaub's nicht Alter Schwede Wie blöd sind die eigentlich? Ey Das regelt überhaupt nicht Einmal ein bisschen hier Hat das so lange gedauert Vor uns liegt die Location Mal sehen, was wir tun können Damit El Chido dort nicht spielt Vielleicht niederbrennen? Mal langsam, Feuerteufel Vielleicht gibt's noch was Subtileres, okay? Da sind noch mehr Tangos im Anmarsch Verdammt nochmal Die Kerle sind markiert Ich warte auf die Bus Hab das Ziel Roger, Ziel erfasst Ziel getroffen Mann am Boden, Mann am Boden Woher kommt der denn? Oh, verdammt ey Die NPC sind echt zu nichts gebrauchen Willkommen beim Stream Alter Schwede Wie schaffst du dich ein? Was zum Teufel? Hä? Keine Gegner? Doch Drohne fliegt Ich seh nen Hauptmann Da ist einer mit Maschinenpistolen Tango Nummer 3 Mit dem sind's 5 Ab n'n Tango Komm schnell Ziele fasst Roger Ziel markiert Tango getroffen Okay, nichts passiert Es gibt Alarm Hab die Rebellen gebeten Die Gegend für uns aufzuklären Das wird noch lustig Ich hab das Ziel Okay Ziel markiert Zeichen, Boss Fuck Greife an Ich mag diese Knaller Die macht so schön BOOM Ich seh ne montierte Waffe Volltreffer Ziele fasst Bin bereit A ver si vamos despertando Cabrones Das ist ein Treffer Das war scheiße knapp Das ist ein Treffer Dreier Ich bin Wie Ich bin Jason Drew Das hat Du Quelle Die Die Trazer Die Die Sie Die 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 Ich hau eine Ablenkung raus. Verdammt. Da ist ein Sicario. Nicht bei der Kippe. Vor uns liegt die Location. Mal sehen, was wir tun können, damit El Chido dort nicht spielt. Vielleicht niederbrennen? Mal langsam, Feuerteufel. Vielleicht gibt's noch was Subtileres, okay? Quedate quieto. Pinche Cabron. Oh, puta madre. Ja, ich gebe die Arme. Schlau. Schlau. Halt. Halt, 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 halt. Rein hier. Hier drüben ist ein Narco. Drüben an der Kippe. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Ich hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Ja, ein Kollege hat zum Beispiel von mir gesagt, ein Kollege hat zum Beispiel von mir gesagt, äh, wieso Arzt? Ich habe keine Ausbildung. Ich habe keine Ausbildung mit der Kippe. Er ist nicht so wichtig. Ich habe die Rebellen gebeten,